Oida, was geht ab Leute? Team Babbelt hier. Heute mit einer weiteren Fan-Challenge. Und zwar hat uns Jan F. herausgefordert und er spielt Chadol und er tritt heute an gegen den Tunesier 2, der bekannt ist für seinen Burning Abyss Deck. Altbewährtes Match-Up, das wir schon öfters gesehen haben jetzt. Aber mal schauen, wie das ausgehen wird. Viel Spaß beim Duell. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.